Willkommen zu einem neuen Beitrag. Vor ungefähr vier Jahren habe ich einmal einen Beitrag über Picnic at Hanging Rock gemacht. Der ist schon eine ganze Zeit lang nicht mehr auf diesem Kanal zu sehen, aber es wird immer wieder nach diesem Thema gefragt. Picnic at Hanging Rock, das ist ja in erster Linie einmal ein Roman, der diese Geschichte erzählt. Aber die Diskussionen darüber, ob das Ganze nun einen realen Hintergrund hat oder nicht, die hören nicht auf. Und die Autorin dieses Buches selbst sagte, dass die Grundlagen dieser Geschichte eben nicht von ihr sind. In einigen Foren wird da wieder etwas Verstärkte darüber diskutiert, in australischen Foren vor allem, denn vor Jahren ist einmal das 18. Kapitel dieses Buchs erschienen. Dieses Kapitel, das war nie im Buch selbst. Und das ist dermaßen abgedreht, dass man gar nicht so recht weiß, was man damit anfangen soll. Ich habe dieses Video jetzt um ein paar dieser neuen Dinge erweitert, die so berichtet werden. Und wir schauen uns das Ganze jetzt inklusive der Buchstory noch einmal an. Und ich bitte jetzt einmal um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist wichtig, bevor dann wieder irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Das, was ich jetzt erzähle, was am Hanging Rock passiert sein soll. Das ist die Geschichte aus diesem Roman. Das ist zunächst einmal kein Tatsachenbericht. Aber um zu verstehen, worum es danach in diesen Diskussionen und so weiter geht, muss man diese Geschichte erst einmal kennen. Also, ab geht's nach Australien. Im Jahr 2017 hat der Daily Telegraph einen Bericht darüber veröffentlicht, dass dieser Vorfall am Hanging Rock, um den es in diesem Roman geht, immer noch ungelöst sei. Was genau ist laut diesem Roman damals dort passiert? Australien, der 14. Februar 1900. Es ist Valentinstag. Um diese Jahreszeit ist in Australien, Sommer. Und dieser 14. Februar 1900. Das soll ein sehr schöner Sommertag gewesen sein. Es ist traditionell so, dass der Valentinstag in Australien ein Familientag ist, dass Familien dort Ausflüge machen. Aber eben nicht nur die. Es gab zur damaligen Zeit, 1900, sehr viele Internate und Privatschulen. Zu diesen Privatschulen und Internaten, da gehörte auch die Appleyard Mädchenschule. Und die hatte für diesen Tag einen besonderen Ausflug geplant. Auf diese Privatschule, da gingen 20 Mädchen. Es gab drei Lehrerinnen, eine Haushälterin und die Direktorin. Die Direktorin, die war gleichzeitig auch die Inhaberin dieser Privatschule und nach ihr Appleyard wurde sie benannt. Sie hatte ein sehr strenges Auftreten. Aber entgegen dem, was man da jetzt vielleicht erwartet, war es so, dass sie bei den Schülerinnen sehr beliebt war. Und für einige war sie sogar so etwas gewesen wie eine Ersatzmutter. Und für diesen Valentinstag, da hatte sich die Direktorin für ihre Schülerin etwas Besonderes ausgedacht. Es sollte einen Ausflug zum Hanging Rock geben. Der Hanging Rock, das ist so ein Gebiet von kleinen zerklüfteten Felsen. Und das Ganze war damals ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Es gab dort sehr viele schattige Plätzchen, an denen man ein Picknick machen konnte. Aber dieser Hanging Rock in Australien, der hat auch so seine Geschichte. Und ich sage jetzt einmal wieder, ist das Ganze ein heiliger Ort der australischen Ureinwohner gewesen. Und einmal wieder sage ich auch deshalb, weil es wieder einmal ein Ort war. Das hatten wir ja in vielen anderen Geschichten auch, an dem die Ureinwohner Kontakt zu ihren Göttern aufnahmen. Aber zu dieser Zeit im Jahre 1900, da gab es dort keine Ureinwohner mehr, die sich an diesem Platz aufhielten. Und so wurde dieser Platz dann so nach und nach ein beliebtes Ausflugsziel der australischen Siedler. Und auch diese Mädchenklasse, die war an diesem Tag dort und hatte sich ein schattiges Plätzchen gesucht, um ein Picknick zu machen. Alles war gut vorbereitet und es schien ein sehr schöner Tag zu werden. Es gab in dieser Klasse vier Mädchen, die eng befreundet waren. Ihre Namen waren Marion, Irma, Edith und Miranda. Die vier Mädchen, die hatten die Idee, Hanging Rock alleine zu erkunden. Und so holten sie sich dann von ihrer Lehrerin, Miss McCraw, die Erlaubnis. Nachdem sie von ihrer Lehrerin eine Reihe von Ermahnungen bekommen hatten, was sie alles nicht dürften, da bekamen sie dann grünes Licht und die vier Mädchen machten sich auf den Weg, diese Felsen zu erkunden. Später im weiteren Verlauf der Geschichte ließ sich nicht klären, wo genau diese Mädchen am Hanging Rock unterwegs waren. Nach etwa zwei Stunden kehrte dann nur eines der Mädchen völlig verwirrt und erschöpft zurück. Es war Edith und die schien so etwas wie eine Amnesie erlitten zu haben. Sie wusste weder, dass sie mit ihren drei Freundinnen die anderen Mädchen verlassen hatte, noch wo sie die letzten zwei Stunden war. Ebenso wusste sie auch nicht, wie sie den Weg zurück zu ihren Klassenkameradinnen gefunden hatte. Beunruhigt machte sich die Lehrerin Miss McCaw dann auf den Weg, die anderen drei Schülerinnen zu suchen. Aber auch die Lehrerin kehrt nicht mehr zurück. Als jede Suche nach ihren Klassenkameradinnen und der Lehrerin durch die restlichen Mädchen ergebnislos verlief, da kehrten sie zurück ins Internat, weinend, verwirrt und nicht wissend, was da gerade passiert war. Die Mädchen ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie bis auf eine einzige Ausnahme von ihren vermissten Klassenkameradinnen und der Lehrerin niemals wieder etwas hören werden. Dieser Vorfall, der verbreitet sich wie ein Lauffeuer und es meldet sich eine Familie. Und die Familie sagt, dass sie nach der angegebenen Zeit, in der die Mädchen nach ihren verschwundenen Klassenkameradinnen und der Lehrerin gesucht hätten, die drei vermissten Mädchen noch gesehen hätte. Von dieser Aussage angefeuert, da wurde ein großer Suchtrupp zusammengestellt, der sich am nächsten Morgen auf den Weg machte, in der Hoffnung, die Mädchen noch lebend zu finden. Die Suche blieb jedoch erfolglos, aber die Suchmannschaften wollten nicht aufgeben. Immer wieder durchsuchten sie jede Felsspalte, jede Einbuchtung, jeden Platz an diesem Hanging Rock. Und auch im weiten Umkreis um diese Felsformation herum, da wurde nach den Mädchen und der Lehrerin gesucht. Aber dann nach einer Woche geschieht das Unfassbare. In einer Felsspalte des Hanging Rocks, dort wo die Suchmannschaften schon mehrere Male nachgeschaut hatten, da findet man eines der Mädchen. Es ist Irma. Sie liegt bewusstlos auf dem Boden. Sie hat eine leichte Schürfhunde am Kopf, zerkratzte Arme und Hände. Vielleicht hat sie sich das von den Büschen geholt. Aber ansonsten hat sie keinerlei Gebrechen. Noch nicht einmal dehydriert ist sie. Eine Untersuchung ergab, dass sich an ihr auch niemand vergangen hat. Aber es war eben auch so, dass Irma sich überhaupt nicht daran erinnern konnte, wo sie gewesen war. Ihr fehlte absolut jede Erinnerung. Dass die Suchmannschaften Irma gefunden hatten, das gab ihnen neue Hoffnung. Und sie begannen erneut damit, das komplette Gebiet Meter für Meter abzusuchen. Aber die anderen Mädchen und die Lehrerin, die blieben für immer verschwunden. Aber damit ist dieses Drama eben noch nicht zu Ende. Denn kurze Zeit später, da nimmt sich eine Schülerin dieser Schule das Leben. Ihr Name ist Sarah. Und sie ist so verzweifelt über das Verschwinden und den vermeintlichen Tod ihrer Freundinnen, dass sie nicht weiterleben will. Aber auch die Rektorin und Eigentümerin dieser Schule, die wird das Ganze nicht überleben. Kurze Zeit nach dem Selbstmord von Sarah, da wurde sie plötzlich ebenfalls vermisst. Zunächst wurde das ganze Gebiet um diese Schule herum abgesucht, aber das blieb ergebnislos. Gleichzeitig wollten die Suchmannschaften aber auch nicht die Suche nach den vermissten Mädchen aufgeben. Und als sie dann wieder einmal am Hanging Rock unterwegs waren, um nach diesen Mädchen zu suchen, da fanden sie die Leiche der Rektorin am Fuße des Hanging Rocks. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Aber es wird vermutet, dass sie dieses Verschwinden der Mädchen nicht so einfach hinnehmen konnte und sich deshalb selber auf die Suche machte und dabei dann eben vom Hanging Rock abgestürzt ist. Wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen konnte man das dann aber nicht. Die beiden vermissten Mädchen und die Lehrerin, die sind auch später niemals mehr aufgetaucht. Und die beiden Mädchen, die das Ganze sozusagen überlebt haben, die haben niemals wieder die Erinnerung daran zurückgewonnen, was dort überhaupt passiert ist, damals am Hanging Rock. Bis hierhin also der Roman. Und ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass das, was ich jetzt erzählt habe, aus einem Roman stammt und kein Tatsachenbericht ist. So sagt man es jedenfalls. Aber dieser Meinung sind eben nicht alle. Das, was mir aufgefallen ist bei diesem Roman, jetzt im Nachhinein, nachdem wir uns dann schon längere Zeit mit diesen Missing 411 Fällen befasst haben, ist, dass in diesem Roman aus dem Jahre 1967 ein klassischer Missing 411 Fall beschrieben wird. Ich war zur Recherche dieser Sache in einigen Foren unterwegs und auch in einem australischen Forum. Und da habe ich dann mal so gefragt, ob es weitere Informationen gibt bezüglich dieser Sache, dieses Romans und was da so erzählt wird in Australien. Zunächst einmal kann man sagen, dass ganz, ganz viele Menschen in Australien glauben, dass das wirklich passiert ist, was in diesem Roman steht. Ja, man hat mir dann in diesem Forum mitgeteilt, dass in Australien so diese Geschichte, die Hunde macht, dass nach diesen Mädchen noch zwei Jahre lang gesucht worden wäre und das Ganze eben ohne Ergebnis und man hätte es dann aufgegeben. Und dann wäre diese Sache so langsam versickert und erst nach ungefähr etwas mehr als 40 Jahren wäre das Ganze wieder hervorgekramt worden und zwar aufgrund eines Zeitungsartikels. In diesem Artikel soll beschrieben worden sein, dass schon viel früher, also früher als 1940, Autoren und Forscher damit begonnen hätten, bei den zuständigen Behörden Einblick in die Unterlagen zu diesem Fall zu verlangen. Und angeblich hätten sie diesen Einblick auch bekommen. Es hätte dann aber keinerlei neue Erkenntnisse gegeben und die ganze Geschichte wäre ebenso geblieben, wie man sie kennt. Und jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen. Und zwar in das Jahr 1967. Da veröffentlichte eine Autorin namens Joan Lindsay einen Roman. Dieser Roman hieß im Original Picknick at Hanging Rock, bei uns in Deutschland bekannt unter Picknick am Valentinstag. Als die Autorin den Roman schrieb, da war sie bereits 71 Jahre alt. Und die Autorin Joan Lindsay, die hat gesagt, dass sie im Jahre 1911 mit ihren Eltern am Hanging Rock war. Sie ist also auch Australierin. Und dort hätten ihre Eltern ihr diese Geschichte erzählt, die wir gerade gehört haben. Und davon war sie tief beeindruckt. Sie gab an, dass sie diese Geschichte dieser Mädchen ihr ganzes Leben mit sich herumgetragen hätte, bis sie dann irgendwann einmal den Entschluss gefasst hätte, zu recherchieren, weil sie der Meinung war, dass man einen Roman schreiben müsste, der diese Geschichte zum Inhalt hat. Und das hätte sie dann auch gemacht. Sie hätte lange recherchiert, bis dann dieser Roman erschienen ist. Und der erschien mit 17 Kapiteln. Aber dieser Roman hatte ursprünglich 18 Kapitel. Und das, was ich jetzt erzähle, das ist keine ausgedachte Geschichte. Das ist ein Fakt. Das können ja überall nachlesen, in Foren, wo es um Literatur geht oder bei Wikipedia oder sonst wo. Das 18. Kapitel dieses Romans, das sollte erst veröffentlicht werden, wenn sie tot seien. Zwar drei Jahre nach ihrem Tod. Aber warum? Angeblich so kann man lesen, war das Ganze eine Idee des Verlags. Denn Joan Lindsay, die hat im 18. Kapitel erklärt, wohin die Mädchen verschwunden sind, zumindest ansatzweise. Aber der Verlag war der Meinung, man sollte das nicht veröffentlichen. Man sollte diesen Roman einfach so lassen, wie er ist, als Rätsel. Ansonsten würde man dieses Buch nicht veröffentlichen. Aber die Autorin, die wollte, dass dieses Buch erscheint und hat dann eben veranlasst, dass drei Jahre nach ihrem Tod das letzte Kapitel veröffentlicht wird. John Lindsay, die willigte dann etwas unwillig ein. Aber sie knüpfte daran eine Bedingung. Und die Bedingung war die, dass vor Beginn des Romans etwas von ihr abgedruckt würde. Ein Zitat von ihr. Und das lautete so. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, liebe Leser, das müssen sie selbst entscheiden. Aber angesichts der Tatsache, dass diese Ereignisse im Jahre 1900 stattfanden und alle Personen, die darin verwickelt waren, heute nicht mehr leben, ist das Ganze nicht mehr wichtig. Was immer Joan Lindsay damit auch sagen wollte, auf diesen Satz, da hat sie bestanden. Später kam dann noch heraus, dass John Lindsay aufgrund der Tatsache, dass das 18. Kapitel in diesem Buch nicht erscheinen sollte, einige Teile ihres Romanes umschreiben musste. So, dass dieser Roman, den wir heute kennen, eben nicht exakt der Roman ist, den sie ursprünglich schrieb. Das Ganze ist also sehr verworren und es gab damals schon harsche Kritik an ihrem Roman, beziehungsweise an der Art und Weise, wie er sozusagen verkauft wurde. Diese Kritiker, die sagten, dass es diesen Vorfall am Hanging Rock nie gegeben hätte und dass diese Geschichte von Joan Lindsay, dass sie mit ihren Eltern dort war und sie ihr diese Geschichte schon 1911 erzählt hätten, eben nicht stimmen könnte. Und diese ganze Erzählung, dass ihre Eltern das getan hätten, also ihr diese Geschichte erzählt hätten, sowie ihr merkwürdiges Vorwort, das sollte einfach nur Fragen aufwerfen und dem Leser die Möglichkeit geben, zu denken, dass das Ganze eine wahre Geschichte wäre. Später wurde dann gesagt, dass diese ganze Story eine Urban Legend wäre, die eigentlich erst nach diesem Roman und wegen diesem Roman entstanden sei. Ganz viele Menschen in Australien, die gingen und gehen auch heute noch davon aus, dass das Ganze eine wahre Geschichte ist. Irgendwann haben dann Buchautoren und Journalisten damit angefangen, in dieser Sache zu recherchieren. Und dazu haben sie sich dann eben auch an die Behörden und die Polizei gewandt. Und sie haben gesagt, es gibt da Unstimmigkeiten. Wir würden gerne einmal die Unterlagen zu diesem Fall sehen. Aber weder die Polizei noch irgendwelche anderen Behörden waren im Besitz irgendwelcher Unterlagen, die diesen Fall am Hanging Rock bestätigen würden. Es war sogar so, dass es überhaupt gar nichts darüber gab. Und weitere Recherche, die brachte halt hervor, dass diese Mädchenschule Appleyard überhaupt nie existiert hat. John Lindsay, die war selbst auf so einer Mädchenschule und man ging davon aus, dass sie diese Mädchenschule zur Vorlage für ihren Roman genommen hat. Aber auch an deren Schule gab es nie irgend so einen Vorfall dieser Art. Es wurden dann noch weitere Unstimmigkeiten in ihrem Roman sozusagen aufgedeckt. Und zwar der Valentinstag 1910, den hat sie an einem Samstag spielen lassen. In Wirklichkeit war das Ganze aber ein Mittwoch. Und ein paar weitere Daten hat sie da auch durcheinander gebracht. Und so kam dann nach und nach heraus, dass diese Geschichte, die eigentlich jeder in Australien kennt und die lange Zeit für ein wahres Ereignis gehalten wurde, eigentlich eine Urban Legend zu sein scheint. Eine Geschichte, die sich eine Buchautorin ausgedacht hat, eine Romanautorin, was ja auch ihr absolut gutes Recht ist. Dafür schreibt sie ja eben Romane. Aber es gibt eben bis heute Stimmen, die sagen, das Ganze ist keine Urban Legend, das ist ein wahres Ereignis. Die Unterlagen, die sind nur nicht mehr einsehbar. Die sind verschwunden. Diese ganze Wirrwarr, der könnte unter Umständen so zustande gekommen sein, dass man damals überhaupt nicht wusste, wie man diesen Roman einordnen sollte. Denn eigentlich beschreibt der in erster Linie nur den Alltag dieser Mädchen in dieser Mädchenschule. Und mit einem Mal kippt das Ganze dann und entwickelt sich dann zur Mystery Story. Schon der Verlag wusste damals nicht, in welcher Kategorie sie dieses Buch veröffentlichen sollten. Ja, dann, drei Jahre nach dem Tod von John Lindsay, wurde dann das 18. Kapitel dieses Romans veröffentlicht. Und das ist voll schräg. In diesem 18. Kapitel wird etwas sehr Merkwürdiges beschrieben. Diese Lehrerin McCordy taucht da eigentlich gar nicht mehr auf, jedenfalls nicht als Lehrerin. Die wird da plötzlich als Clownsfigur beschrieben. Als Clown. Und diese Mädchen gehen zusammen mit dieser Clownfigur immer weiter in diesen Berg hinein. Dann sagt die Lehrerin ihnen, sie sollten sich ihrer Korsetts entledigen, was die Mädchen dann noch touren. Und dann werfen sie diese Korsetts in die Luft und die schweben dann über ihnen. Und dann bildet sich vor ihnen so eine Art Loch in der Luft, so eine Kugel. Also im Prinzip so etwas, wie man sich so einen Dimensionsübergang vorstellt, so ein Dimensionstor. John Lindsay schrieb, dieses Objekt sei so stabil wie eine Kugel, aber so transparent wie eine Luftblase gewesen. Sozusagen eine Kugel, in die man aber hineingehen konnte. Die Lehrerin, die also da zu diesem Zeitpunkt ein Clown war, die schlägt den Mädchen dann vor, sich in kleine Wesen zu verwandeln und in diese Bruchstelle der Dimensionen sozusagen hineinzugehen. Das wird dann auch gemacht. Die Mädchen und die Lehrerin verwandeln sich in kleine Wesen, was immer das auch sein soll, und gehen in dieses Dimensionstor. Und als das Mädchen Irma an der Reihe ist, da stürzt dort ein Felsbrocken hinunter und versperrt ihr den Weg in dieses Dimensionstor. Und diese Irma, die hätte dann wie von Sinnen gegen diesen Felsen geschlagen, wobei sie sich dann diese Verletzungen an Armen und Händen zugezogen hätte. Und dann sei sie in Ohnmacht gefallen. Und eine Woche später wäre sie dann in dieser Felsspalte aufgewacht, wo die Suchmannschaften sie dann fanden. So, und jetzt mal ganz ehrlich. Diese Frau, die war 71 Jahre alt, als sie dieses Buch schrieb. Und dieses Kapitel natürlich dann auch. Und da ist so die Frage, was sollte das jetzt sein, dieses 18. Kapitel? War die irgendwie alterssenil? Hat die Drogen genommen? Weil dieses letzte Kapitel hat überhaupt nichts mit dieser vorangegangenen Geschichte zu tun. Das ist wirklich vollkommen abgedreht, was sie da zum Schluss in diesem 18. Kapitel schreibt. Natürlich ist das dann auch wieder so eine Art Futter für diejenigen, die sagen, die gute Frau wollte uns damit irgendetwas mitteilen. Etwas, das sie im Buch nicht veröffentlichen durfte. Etwas, das sie dort nicht erzählen konnte. Und etwas, auf das sie keine Fragen beantworten möchte. Deshalb sollte das Ganze erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden. Es wird gesagt, dass sie bei ihren Recherchen am Hanging Rock irgendetwas entdeckt haben könnte. Dass sie aber nicht der Öffentlichkeit so einfach mitteilen konnte. Und deshalb hätte sie das mit diesem letzten Kapitel eben verschlüsselt gemacht. Aber man muss bei dieser Sache eines ganz klar sagen. Als dieser Roman erschien und als diese Gerüchte aufkamen, dass es eine wahre Geschichte ist, da wurden dann Leute skeptisch. Und die haben dann angefangen, das Ganze zu überprüfen. Und die haben nichts gefunden. Nichts, was darauf hinweist, dass es dieses Ereignis jemals wirklich gegeben hat. Weder hat man auch nur einen Schnipsel in irgendeiner Zeitschrift von damals gefunden, in irgendeiner Tageszeitung, dass diese Sache passiert ist. Noch gibt es irgendeinen Nachweis darüber, dass diese Mädchen überhaupt jemals existiert haben, die in diesem Roman beschrieben werden. Auch die Rektorin nicht, die Schule, die gab es auch nie. Und einige andere Dinge sind halt eben falsch dargestellt worden oder existieren ebenfalls nicht. Es scheint also eher klar zu sein, dass das Ganze ein fiktiver Roman ist. Eine wirklich tolle Geschichte, die aber eben sich nie zugetragen hat. 1977, da wurde das Ganze verfilmt. Und auch danach wurde dann noch einmal alles eingehend von Journalisten und Buchautoren gecheckt und untersucht. Und auch die kamen zu dem Ergebnis, da ist nichts, null, was darauf hinweist, dass das Ganze jemals passiert ist. Dann gab es den Umstand, dass die Australian Film Commission diesen Film eingezogen hat. Das ist eine staatliche Behörde und die hat gesagt, wir erteilen ab jetzt keine Erlaubnis mehr, dass dieser Film in TV-Sendern oder auf Streaming-Diensten ausgestrahlt wird. Amazon hat das Ganze dann eben auch in einer Stellungnahme genauso kommentiert, dass es halt dieses Verbot seitens dieser Australian Film Commission gab. Das hat natürlich dann die Gerüchte wieder einmal befeuert, warum denn eine staatliche Organisation diesen Film sozusagen einzieht, sodass er nicht mehr gesendet werden darf, was das dann überhaupt bedeutet. Allerdings muss man dabei sagen, dass dieser Film auf DVD weiterhin verkauft werden durfte. Das Ganze hatte wohl dann eher einen finanziellen Hintergrund, als dass da irgendetwas Unheilschwangeres im Gange war. Mittlerweile wurde dieses Verbot dann aufgehoben. Den gibt es jetzt auch wieder auf Amazon Prime und soviel ich weiß, lief der mittlerweile auch schon mal im TV. Also ich denke einmal, diese ganzen Dinge um diesen Roman herum, dass die Autorin sagt, ihre Eltern hätten dir das 1911 am Hanging Rock erzählt, diese Geschichte oder dieses merkwürdige Vorwort, dass man es glauben kann oder nicht. Das wäre ja auch nicht mehr wichtig, weil eh keiner mehr lebt von denen, die damals dabei waren. Das alles hat so den Sinn gehabt, diesen Roman in den Bereich einer Wahrheit zu rücken. Aber es gibt eben, wie gesagt, nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass das Ganze sich wirklich zugetragen hat. Ja, merkwürdig an diesem Buch ist mit Sicherheit dieses 18. Kapitel, das ist ja mal völlig abgedreht. Das, ich habe es ja bereits erwähnt, was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Ganze ja exakt so einen Missing 411-Fall beschreibt. Aber all das ist natürlich auch kein Beleg für die Echtheit dieses Romans. Es gab ja schon früher diese merkwürdigen Fälle. Fälle, die auch David Polides in seinem Kanal Kenne im Project vorstellt, die in Australien stattfanden. Von diesen Stories hat sie sich dann vielleicht inspirieren lassen. Aber wer weiß es schon. Nachdem ich also recherchiert habe, ist für mich persönlich klar, dass das Ganze ein Roman ist, ohne dass da irgendeine wahre Begebenheit dahinter steckt. Aber das muss ja nicht jeder so sehen. Wenn ihr möchtet, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr sagen, ja, da ist vielleicht sehr viel vertuscht worden, das klingt jedenfalls so und da ist bestimmt irgendetwas in dieser Art passiert oder sogar diese Story, so wie sie niedergeschrieben worden ist. Oder würdet ihr sagen, ja, ich denke auch eher, dass das ein Roman ist? Oder was habt ihr sonst noch für eine Meinung? Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute für euch. Ihr Hanging Schlingel Ruhigник, w using這些 Niimbus, auf Sta pengen Langewsorschau. So Programséric겠다, ich bin da, einsteinlaser,爭Natekšken, Ich komme nicht fest.